Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen Viktor, Felix, Louis und ich zusammen Minecraft Lucky Blocks. Und oh Junge, ich kann euch sagen, da ist so viel schief gegangen. Aber schaut es euch lieber selber an. Viel Spaß. Okay, seid ihr ready? Nein, ich bin sowas von ready. Ich wähl schon mal mein Team. Ich bin blau. Nein, ich bin gelb. Hey. Hey, ich bin rot. Dein erstes Mal. Ja. Hey, das läuft. Warum bewegst du dich, Fuchs? Wir haben uns nicht von der Stelle bewegt. Ich auch nicht bewegt. Fuchs schummelt. Ich schummel nicht. Ich bin grün. Ich geb jeden Opio aus, Fuchs. Ich geb jeden Opio außer Felix. Du musst das schon wieder so enden. Gut, dann Attacke, Leute. Attacke. Attacke. Nein, Leute. Oh mein Gott. Oh. Muss ich jetzt warten, bis ich ertrunken bin? Ja, du wirst jetzt warten, Aton. Leute, ich kann mit meinen Karotten nichts anfangen, weil ich rette dich. Ich rette dich, Aton. Ich rette dich, Aton. Ich sterbe. Ich sterbe. Los, es gibt kein PvP. Los. Los. Mach PvP an. Es gibt kein PvP. Nein, okay, warte. Oh, ich hab ein Baby-Connecton. Stürb. Funktion, du hast alles weiter gemacht. Warum sind hier Schleime? Warum sind hier Schleime? Ja, hier sind Schleime. Oh Gott. Die waren aufgrund des... Oh, Creeper, was? Was ist passiert? Warum war da auf einmal ein Creeper? Baby-Connecton, jetzt mach doch mal was. Das ist mein Loot. Ich hab ein halbes Leben. Nein, nicht mein Loot. Alles mein Loot. Warum ist ein Baby-Connecton? Das geht echt sehr stark los irgendwie. Das geht doch. PvP ist on. Oh Gott, ne Hexe. Ich geh weg, ich geh weg. Abstand, Abstand, Abstand. Ah, das ist die Hexe. Anton, wir töten die Hexe. Ich kann die Hexe nicht schlagen. Wie soll ich die töten? Oh, das erste Mal, dass ich Items habe. Ach, nee. Ich wurde geambosst, Leute. Oh, mein Gott. Oh, ich sterbe wegen dir. Hilfe, ich sterbe. Baby-Connecton, rette mich. Ich komme hier nicht mehr raus. Man kann die Hexe nicht töten. Oh, das ist alles meins. Das ist alles meins. Oh, ah, ah. Was geht ab? Oh, mein Gott, verlass ich. Nein, ich hab ein halbes Herz. Nein, sie rettet meine Schuhe. Oh, das ist ein lustiger Lucky Block. Nein. Was passiert? Ja, ich hab ein halbes Herz. Was passiert hier? Ich hab ein halbes Herz. Leute, hier unten, hier unten. Louis, hinter dir. Hilf mir. Rette meine Schuhe, meine Diamanten. Mir. Wee. Flying is not enabled on the server. Ich wurde gekickt. Danke, Alter. Warum hängst du? Weil ich so lange gefallen bin. Weil das so viel gehackt hat. Ich hab wirklich nichts von all den Items, die ich bisher geholt habe. Leute. Weg mit der Lava. Warum ist der Lava? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, ein Vergift. Ich schwöre sie weg. Oh, mein Gott. Sie würden mich schwöre. Welche Trinken gab? Ich bin tot. Aber ich hab keine Schuhe mehr. Ich hatte so hübsche Schuhe. Wir sind alle tot. Schnell Sachen saven. Das. Oh, mein Gott. Ich hab OP-Items, Leute. Ich hab OP-Items. Oh, nein. Warum? Wie seid ihr schon so weit? Tja, ich hasse euch. Ja, wie? Tja, ich hacke. Ey, guck mal, Anton. Ich hacke. Ja? Wo bist du? Komm mal hier Baby-Connecton. Ich weiß, das macht der. Der macht gar nicht. Baby-Connecton. Ich kann mir irgendwie PvP anmachen, weil ich will Baby-Connecton schlagen. Ich kann weder Connecton noch die Witches schlagen. Ich hab Lederstern. Kannst du mich schlagen? Kannst du mich schlagen? Nein. Nee, ich kann euch auch nicht schlagen. Warum konnte ich dich töten? Fuchs, warum konnte ich dich eben töten? Du konntest dich mit dem Bogen irgendwie abschießen. Ja? Oh, Gott. Leute, ich lauf mal. Ja, das ist... Ja, der bleibt da. Also, ey. Warum können wir nicht kämpfen? Warum geht man nachkampfen? Ich weiß es doch nicht, Mann. Ich will nur gamen. Okay, Fuchs, du bist doch Master. Wie mach ich das? PvP on. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hab Angst. Im Internet. Was weiß ich? Schau, tu doch im Internet, Fuchs. Du bist der Master. Ah! Ah! Ich bin einfach in die Lava gelaufen. Wie dumm kann man sein? Oh, Gott. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich Fuchs sehe, wie dumm kann man sein. Ja, die. Nein, nicht die, nicht die. Ich bin in die Lava neben den Lucky Block-Dingern hier vorne gelaufen. Oh. Hier bin ich reingelaufen. Also, geh von meinem Weg weg, yo. Ich muss deinen Weg nehmen, weil mein Weg ist voller Lava. Und irgendwer hat auf meinem Weg Lava platziert. Und das war ich nicht. Oder? Lucky Villager. Ey. Der Deathwish came to nine. Okay, Fuchs, dankeschön. Aua, danke, Deathwish. Jetzt sterbe ich. Aua, 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 aua. Hilfe, Hilfe. Was? Danke, Fuchs. Danke, Fuchs, für den Support. Leute. Das war viel zu viel auf einmal. Ich werde meinen Lucky Villager irgendwie beschützen müssen. Wie kann ich? Ich kann ihn nicht. Doch. So, ich habe meinen Lucky Villager eingebaut. Aber Leute, ich kann nicht mal mit dem Villager interagieren. Was bringt er mir denn jetzt? Ah, Anton ist tot. Anton ist gescamt. Anton hat Blöcke gescamt. Oh, oh. Die Mobs können uns angreifen, aber wir können die Mobs nicht angreifen. Was ist das? So funktioniert das Leben, Anton. Ich will jetzt mit meinem Lucky Villager sprechen. Wofür habe ich den? So funktioniert das Leben, Anton. Also eigentlich ist PvP aktiviert. Hier hast du einen Block für mich, den ich unter den Lucky Block platzieren kann. Ich habe hier einen Block für dich. Hier. Hier hast du einen Block. Warte. Den Müll kannst du behalten. Äh, nein, geh weg. Ich wollte, nein, geh weg. Geh weg, Anton. Geh weg. Geh weg. Okay, wie kann ich das jetzt da drunter platzieren? Oh. Hast du noch einen zweiten Block? Well, that's your problem. Nee, den. Das ist jetzt meiner. Leute, ist das normal? Ist das die Lucky Blocks Experience, von der ihr immer gesprochen habt? Das ist Lucky Block. Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Eigentlich dieses Ding ist halt. Dann habe ich ungelogen 10 Minuten damit verbracht, Blöcke zu sammeln und mich irgendwie weiter voranzubauen, weil irgendwer meinen kompletten Weg abgebaut und zugebaut hat. Und dann das. Ah. Das war ein bisschen. Ah, Luis. Ich habe wieder nichts, Leute. Leute, ich habe es endlich geschafft, wieder einen Lucky Block abzubauen nach 10 Minuten. Und er hat mich getötet. Luis, warum funktionieren die Jump-Power-Dinger nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Es funktioniert gar nichts. Hat jemand von euch Blöcke? Ich bin hier immer noch... Leute, ich komme nicht weiter. Drei Minuten Holzblöckefarben später. Hey, Victor, brauchst du eine Enderperle? Das war wohl nichts. Willst du eine Enderperle? Ich habe eine Enderperle gerade. Ach, komm schon. Nein, ich habe keine Enderperle. Luis, hast du mir nur Unlucky Blocks platziert? Ich habe gar nichts platziert. Und gar nichts, Gott, das ist das Ding. Ja, und jedes Mal, wenn ich sterbe, brauche ich wieder eine Stunde, um die ganzen Items zurückzufarmen, damit ich überhaupt den nächsten Lucky Block erreiche. Das ist die Lucky Block Experience auf Luis' Server. Ja, ich merke schon. Ja, was erwartest du? Dafür haben wir jahrelang gewartet, damit Luis einfach diesen Qualitäts-Server uns bietet. Danke, Luis. Danke, Luis. Kein Thema. Wenn da nur Müll drin ist, bin ich zufrieden, solange ich nicht sterbe. Verbrannt? Vielleicht? Oh, ich habe endlich was. Ich habe endlich was, Leute. Ja, ich muss es retten. Schätze in der Schist. Fuchs, warum machst du das immer? Ja, warum machst du das schon wieder? Fuchs ertrank. Was ist das hier? Was ist das? Das war aber nicht das Problem, was du meintest. Das sind diese Nüsse. Das sind diese Nüsse, Anton. Das ist ein riesiger Zombie, Anton. Warum machst du das? Ja, aber der macht ja nichts. Genauso wenig, wie wir ihm was machen können. Meins? Warum? Warum? Ich habe zwei für dich gemacht. Ich habe zwei Blöcke für dich gemacht. Ich bin so nett. Das ist so nett. Wenn ich jetzt diesen grünen Apfel mit gelben Narben esse, sterbe ich dann? Ich weiß. Soll ich es testen für dich? Vielleicht. Also ich hätte... Wo bist du, Bo? Ja, ich bin auf dem Weg zurück, aber ich kann nicht sprinten. Lucky Bow, Luck Null. Leute, ich habe einen Lucky Bow mit Luck Null. Ja, ich auch. Ich auch. Habt ihr auch einen Pfeil für mich? Ich habe einen Kopf. Für dich habe ich gar nichts. Ich habe einen Kopf, Leute. Für dich habe ich auch nichts. Ich esse den Apfel jetzt und... Leute, ich habe mal eine richtig random Frage. Hier, wo alles in der Luft schwebt, war da mal ein Boden? Ja, ja. Ja, ja, ja. Lucky Chicken? Ich traue dem Lucky Chicken nicht. So, Leute. Da bin ich. Gut gemacht. Jetzt werde ich mich fett ausrüsten. Es ist mein Schicksal, gegen euch zu gewinnen. Mein Schicksal. Da steht in dem Buch, das aus diesem Block kam. Ja, bei mir auch. Hey, warum bist du unsichtbar? Geht gar nichts an. Auf unsichtbar zu sein. Das nächste, wie kannst du ihn nicht mal töten? Das ist das Ding. Ja, es kann uns töten. Oh Gott, es trütet mich sogar. Anton, komm her. Oh, Louis. Hat jemand von euch Feinde für mich, please? Ich habe verloren. Ich bin tot. Louis hat verloren. Das ist passiert. Yeah, Fuchs hat gewonnen. Fuchs hat geschummelt. Kacke. Das ist Schiebung. Fuchs hat wirklich geschummelt. Das war ein Lucky Block Battle. Louis, warum hat nichts funktioniert? Wo soll ich das wissen? Was fragst du mich, Digger? Bin ich ein Dramatiker? Du bist hier der Map machen. Du meinst, das ist junger, fühlt voll geil, Victor. Jumme. Oh mein Gott. Das war jetzt das Experience. Das war die Experience. Das ist die Experience. Server closed. Server closed. Bis zum nächsten Mal.